Wir sind nicht tot und wir leben auch nicht, wir sind in einer anderen Form von Sein. Aber Flüchtlinge bleiben nicht doch! Ist die Bärsche, die sind nicht mich gelähmt, doch? Hahaha! Hey! Wissen Sie, wir haben uns aber noch ein Bescheid, aber wir sind in der Tür! In dem Moment, da fingen die Leute an zu klatschen und zu jubeln. Aufgeschreckt durch die Geräusche, da flogen hunderte von Tauben hektisch auf. Und in dem Moment, da fing der Fülle an. Oh, und ich dachte, dass die Tauben und der Film nicht zuhören, dass die zusammengehört. Und ich dachte, dass ich auch in einem Dortmund fände, wenn der Tugel angestellt hätte. Und ich war schuld und habe ihn nur aufgewacht. Entweder du stürzt vor Sehnsucht nach Florian oder sie finden es hier heraus und dann bringen sie dich um. Mein Name ist Auda. Es wird gesagt, dass ich aus Filistina bin. Dem Land, das nie mehr hatte. Dem Land der Heiligen und der Uneinigen Menschen. Das ist ständig im Kläden einander. Es wird gesagt, dass ich aus Filistina bin. Obwohl ich es nie mit eigenen Augen gesehen habe. Amst was cool, the Szeniert von Tauben hektisch. Vielen Dank.